Guck mal, die Impfung macht uns ja am bestenfalls so eine Art Superhelden. Ich muss nur passiv da sitzen und kriege, das ist ja die moderne Nibelungensage, ist ja jetzt dein Mal am Oberarm verpasst zu kriegen. So, das macht dich bis zum gewissen Grad unverwundbar. Ein bisschen Schwund gibt's wohl immer. Und wenn ich geimpft bin, rette ich damit dich und dich potenziell. Auch oft gegen meinen Willen. Und wenn ihr geimpft seid, können wir weitere, verstehst du? Du meinst, wenn man die Jungen impft? Das sollen die Jungen sich erst mal verdienen. Verstehst du? Ich verstehe ja nicht, warum bloß die Jungen, also wenn die Jungen, dann auch die Mädchen. Also die haben es ja genauso verdient.